was für eine wunderschöne blume die schnuppert so gut das ist ja unglaublich was ist denn das hier das ist ja weird ja das da kannst du nicht sehen hier ist etwas aufgetaucht 1 level 10 level 25 level 50 und level 100 was ist das hier sind doch so hat aber warte 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 ist sie hier guck mal ich habe dir eine blume mitgebracht die habe ich nämlich eben gefunden der zu toll gerochen und das hat mich sofort an dich erinnert ja natürlich eine knusprige blume für den anfang okay sie wollen wir das mal ausprobieren gehen wir den oberen hier machen du machst immer die oberen ich mache immer die unteren okay okay bist du mit mir mit dabei oder gehe ich da einfach alleine rein okay dann 321 rein da okay oh mein gott ich bin die einfach auf so einem sprung machen um das level abzuschließen ach lol tatsache okay pass auf okay ich mache das pass auf ich werde da jetzt runter springen für die community und ihr lasst jetzt alle jetzt schon mal ein like dafür die heftigsten sprünge hier in minecraft let's go okay dann drei zwei eins runter mit mir das war level 1 hat man gemerkt mein po ist jetzt ein ein bisschen nass mein hintern ist jetzt ein bisschen nass warte kurz ausschütteln okay ich habe sogar echt wasser gesehen gerade okay jetzt bist du dran jetzt bist du dran geh mal rein aber du kommst mit ja ich bin bei dir und nein oh nein und schubsen nicht hoch oh mein gott boah ich kann ja gar nichts mehr sehen wie hoch sind wir was da unten ist guck mal was soll denn da sein wie ultra krass ich sehe dann nur da drüben noch mehr türme und da unten sehe ich gar nichts oh mein gott oh mein gott soll ich zuerst springen damit ich zugucken kann wie du da oben runterfällst ja wenn du willst kannst du das machen okay warte ich spring schon einmal runter so oh mein gott oh mein gott ich bin tot ich habe gesehen was unten ist die leute haben es auch gesehen aber du springst los let's go warte 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 lass geh mal kurz runter das wird du sollst runter springen ach so wo soll ich runter hier einfach runter okay ich falle ich falle ich falle ich falle ich falle ich falle ich bin oh mein gott mag und jetzt komme ich okay okay ich springe ich kann nicht sehen also ich glaube ich glaube wirklich wenn man mit seinem hintern auf kacktee landet warte warte ich kann das auch pass auf aber so hallo oh yeah let's go oh yeah okay nice ey das war schon mal das coole erste level jetzt kommt level 10 ich gehe wieder ins obere rein let's go okay ich bin wieder relativ du hast immer die guten sprünge oh yeah ich bin halt auch cool okay nein du bist auch cool easy wir wissen das aber ich springe runter ich mache augen zu okay leute alle augen zu machen und runter mit dir ach das war die falsche richtung oh mein gott okay ich bin jetzt eben aus versehen in die falsche richtung aber jetzt wir springen 3 2 1 let's go oh mein gott oh mein gott man überlebt das man kann das man kann das sogar überleben ich will es noch mal probieren ich will ich will es überleben und rein Zack überlebt let's go ich muss ich muss doch die zuschauer zeigen dass ich proben ich bin minecraft pro leute auch wenn ich ein bisschen eingerostet bin aber egal los geht's du bist dran Level 10 das zweite ist der rost den ich da rieche ja das ist mein fuß der gerostet ist los das ist mir dein mundgeruch ey what was denn das für ein prankknopf hier hör auf damit ja drück um lol was oh mein gott du kriegst einfach den kill ey war das hier nicht ich hab das hier nicht aufgebaut das stand auf einmal hier ich hab keine ahnung was das ist ich war das nicht also ist das ja der killknopf der kill die easy knopf vielleicht killt er dich auch mal warte nö nö level 25 guck mal wir sind schön ok dann geh ich jetzt level 25 ok let's go oh yeah oh ja oh ja ich bin schon relativ hoch ich kann unten auch kaum noch was erkennen ich sehe auf jeden fall mein Haus von hier oben das ist übel schön das ist mega nice also ich warte hier gerade unten auf dich achso du bist schon unten du kannst gerne springen ja ja siehst du mich nicht ich bin hier doch da ich sehe da ich sehe da was kleines pinkes oh wie süß ok ich komme ok wo muss ich überhaupt landen ist das da ist so eine pressure plate ne ja ja ok ich versuche es mal ja leute wünscht mir glück ok ihr müsst jetzt ein video und like geben leute sonst schaffe ich das nicht ich werde es sowieso nicht schaffen aber wir schaffen das trotzdem mit der gemeinsamen crew let's go ok 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 bam gehittet hab ich getroffen oh 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 die pressure plate aktiviert was ich hab's getroffen war einfach TNT da war ein TNT Block drunter wie nice das ist ja die exklusiveste und heftigste Challenge überhaupt jetzt habe ich hier schon wieder den Boden kaputt gemacht okay dann wo waren wir jetzt stehen geblieben ich glaube Level 25 Sicht. Das untere. Ja, der untere. Jetzt bin ich dran. Bist du bereit? Ich bin's. Ich komm mit. Oh Gott, ich bin doch nicht breit. Zack. Izzy, bist du breit? Ich bin nicht breit. Du bist nicht breit? Aber du bist breit. Nein! Oh mein Gott, was machst du? Oh mein Gott, da ist irgendwas Weißes. Was? Oh mein Gott, das sind Federn? Oh, wie weich. Oh mein Gott, guck mal, ich kann mich hier drinnen suhlen. Guck mal, oh, wie nice. Oh, es ist weich. Bin ich weg? Siehst du mich noch? Oh, Mimmi, ist so schön. Leute, ich seh nur so einen Kopf von deinem Stück. Warte mal, ein Stück von deinem Kopf. Oh, ist das nice. Guck mal, ich dreh mich hier. Ich mach einen Schneeengel, Izzy. Schneeengel. Guck mal hier. Und nice. Oh, ist das wirklich voll der coole Block? Wusste ich nicht mal, dass es das gibt. Das ist übel nice. Weißt du, was ich dazu sage? Den rückwärtsalto. Oh mein Gott. Wollen wir mal einen Backflip machen? Einfach von da oben runter? Das ist ja mega, die geile Idee, das zu machen. Alter, das wäre mega krass. Ja, ja. Okay, jetzt haben wir 25, Level 25, 25, fertig. Das heißt, wir gehen jetzt in Level 50. 50. Genauso alt wie ich bin. Vielleicht zusammen. Vielleicht sind wir zusammen 50, Lars. Stimmt. Nein, wir sind, nein. Izzy, wir wissen beide, wir sind 5. Und die 0 ist, weil wir beide eine 0 sind. Okay, dann gehen wir mal hoch auf 50. Boah, ist das hoch. Hatten wir die untere 25 schon? Ja, hatten wir, ne? Okay. Oh mein Gott. Ich weiß es gar nicht. Hatten wir die schon? Ja, hatten wir, hatten wir. Was war das? Ja, hatten wir, hatten wir, hatten wir. Das waren die Federn, Lars. Okay, okay, ich bin dumm. Ich bin dumm. Du, willst du springen? Nein, ich bin, ich bin, ne? Du bist dran. Okay, pass auf. Ich hole mal hier mein Momentum ab. Boing, boing, boing. Oh mein Gott, ich hab ein bisschen Schissel in the Bizzle. Und los geht's. Das wird so schlimm. Spring nicht, Lars. Ja, ich weiß nicht, was das ist, aber. Aua, was ist das? Oh mein Gott. Wie hast du das denn überlebt? Ich hab keine Ahnung. Wie hab ich das überlebt? Aber man wird hier richtig in den Po gepieks, wenn man hier gepieks. Du musst sneaken. Guck mal, wenn du sneaks, kannst du da drin überleben. Weil ich bin wie Bear Grylls. Falls ihr Bear Grylls nicht kennt, Leute, das ist ein Überlebenskünstler. Und das bin ich mit meinem gesichtslosen Gesichtsausdruck. Okay, crazy. Jetzt kriege ich... Das ist wirklich unangenehm. Das dauert aber ganz schön lange, ne? Guck mal, bis man... Oh, lol. Ja, ja. Alles klar. Nice. Okay, das war Level 5. Weil wir die Null sind, ist das 5. Egal. Aber ich bin jetzt die zweite Level 5. Okay, rein da. Irgendwie ein Fisch, ey. Lol. Ich bin auch da. Wir sind wieder ziemlich weit oben. Okay, okay. Frage ist... Wer springt jetzt? Du springst. Das ist dein Ding. Das ist dein Ding. Und ich komm dann danach, okay? Boah, kannst du hochhüpfen mit dem Ding? Oha, was? Wie krass. Aber nächstes Mal machst du einen Backflip, okay? Ah, stimmt. Backflip vergessen. Bye, bye, lass. Boah, du fliegst so weit runter. Ich kann dich nicht mehr sehen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Komm runter. Komm runter. Wie cool ist das denn? Oh, was? Oha, das ist so eine Art Trampolin oder sowas? Guck mal, man kann da auch einfach so... Ja, stimmt. So ein... Oh, das ist so ein Tau, weißt du, was man benutzt bei so Schiffen. Boing. Ah. Boing. Aber das federt einfach nur krass ab. Boah, heftig. Okay. Nächstes Ding wird jetzt ein Backfleet. Okay? Boah, der hat das mal krass. Level 1, weil ich die Nummer 1 bin und 0, 0, weil du Agent 0, 0 bist. Was? 0, 0, easy. Okay. 0, 0, easy, cheesy. Okay, ich gehe rein. Rauf, meine ich. Okay. Und jetzt, ich versuche mal jetzt von hier den Backflip zu machen, okay? Mein Gott, ich hoffe, du überlebst. Ich werde das probieren. Ich glaube so. Und... Nein! Oh, nein! Oh, boah! Oh, mein Gott. MLG-Trick. Oh, yeah! Das waren Cobwebs einfach. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wir haben noch eins, ne? Oh, ich hasse Cobwebs, die sind so eklig, wenn man da drinnen stecken bleibt. Das ist immer so nervig, ey. Okay, jetzt kommt die Crème de la Crème. Das letzte der letzten. Und Leute, ihr wisst. Das Beste. Jetzt beide Kanäle abonnieren. Ich kann euch sehen. Wenn ihr das nicht macht, dann müsst ihr auch da runter springen. Und für die Leute, die Höhenangst haben, abonniert sofort. Okay, let's go. Wir gehen rein. Okay, das Beste vom Besten kommt zum Schluss. Ist das wirklich... Ist das ernsthaft ein Knopf, wo ich... Nein, 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 nein. So, was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt machen? Okay, was willst du jetzt machen? Junge... Mädel. So, ich will jetzt noch einmal schnell, einmal irgendwo hochgehen und ich mach jetzt noch einen Backflip zum Abschluss. Und dann, Leute, ihr wisst Bescheid. Schaut auf beiden Kanälen vorbei. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr nice Content in Zukunft geben, falls ihr nicht verpassen wollt. Und ich mache jetzt den Backflip. Und es hat funktioniert. Wir fliegen. Wiedersehen, Leute. Bis dann. Tschüssi.